Ich bin 18. Und jetzt? Gehen Sie nicht mehr zur Schule? Doch. Nur heute nicht. Ich muss mich mal ein bisschen sortieren. Naja, allzu viel zu sortieren gibt's hier ja nicht. Warum wollten Sie sich mit Frau Weiß treffen? Wir hatten immer viel Spaß zusammen. Auch nach dem kleinen Theater mit der Schulleitung. Das heißt, Sie haben sich auch danach noch getroffen? Das konnte uns ja keiner mehr passen. Was wissen Sie über die anderen Beziehungen von Frau Weiß? Ich wusste, dass es da den einen oder anderen Typen gab. Hat sie aber nicht gestört. Ich mag Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Wann haben Sie Frau Weiß das letzte Mal gesehen? So vor zwei Wochen. Hat sie Ihnen gegenüber erwähnt, dass sie schwanger ist? Nein. Danke. 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 Vielen Dank.